Scherwärtchen Beim Berg links, oder was meinst du? Passendlich den Wachmann wieder zu töten. Ich sehe einem immer vor die Sprungpassagen labern. Grauenvoll. Opa Hoppel hier. Hier, oder was meinst du? Oder von hier. Ja, welches links? Von hier, oder? Okay. Hoppel also war enttäuscht, am Berg nichts gefunden zu haben. Also sprang er auf dem Rückweg von der Klippe. Nur ein brutaler Aufprall auf dem Boden würde ihn schließlich beruhigen. 0,50 Ne, auf die Wolke will ich noch drauf, da werden wir wahrscheinlich das Hühnchen brauchen. Ola so wachte mit einem schrecklichen Schmerz im Rücken, aber seine abenteuerliche Geist verlangte nach mehr Abenteuer. Dumme Abenteuerlust. Toch. Pfor. Toch. Toch. Untertitelung des ZDF, 2020